Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Heute geht es um Stämmchen, also die etwas kleineren Stämmchen, keine Hochstämme, da habe ich schon mal ein Video dazu gedreht, was es da für Unterschiede in der Länge gibt. Heute geht es aber um den Schnitt, der ja im Prinzip Kübelstämmchen oder wenn man ein kleines Beet hat, einen Mittelpunkt bepflanzen möchte, so ein Zierstämmchen. Generell ist es so, dass ein Stämmchen, also der Stamm, nicht weiter nach oben wächst, also nicht an Länge gewinnt, sondern der bleibt. Die Länge, die er ursprünglich hat, somit kann man das sehr gut kalkulieren. Je nachdem, was für eine Pflanzsituation man hat, kann man auch dann gleich entsprechend die Stammlänge festlegen. Nach dem Schnitt soll eigentlich die Pflanze so ein Lolli-Charakter haben. Das bedeutet einfach, dass die Krone passend zu der Stammdicke passt. Man sollte jedes Jahr schneiden, weil jede Pflanze ja auch einen Jahreszuwachs hat, der relativ stark sein kann. Zum Beispiel wie bei dieser Hängekirsche, die Prunus kikushidare sakura. Das ist eine Trauerkirsche, sagt man dazu, weil die Triebe nach unten hängen und die sollte man jedes Jahr schneiden, weil sie so einen Zuwachs hat, zwischen 60 bis 80 Zentimeter. Wenn man das nicht machen würde, dann würde die Krone sehr viel schneller wachsen im Verhältnis zu der Stammdicke und dann würde das einen stärken Unverhältnis geben, dass der Stamm einfach zu dünn für diese sehr starke Krone sich ausbildet und dann auch die Krone irgendwann nicht mehr hält. Dann würde halt der Stamm brechen. Daneben habe ich hier eine aufrecht wachsende Krone, das ist der Salix Mount Asu. Der hat so rosane Kätzchen im Frühjahr. Ganz wichtig ist, dass der Schnitt direkt nach der Blüte passiert, also bei dem Mount Asu recht früh, ja so im März herum und bei dem kikushidare sakura ungefähr im April. Diese hängenden Formen oder auch ja der strauchförmige Hochstamm wie der Mount Asu, die werden veredelt auf dem Stamm und hier sieht man die Veredlung. Also das ist eine Stelle, wo die Unterlage mit dem Edelreis verbunden worden ist und hiermit ist so die Basis, wo eigentlich alle Triebe von dieser Zierkirsche heraus treiben. Jetzt zeige ich euch noch, welche Endknospe man sich aussucht. Also die Endknospe ist immer die Knospe, woraus dann der nächste Trieb gebildet wird. Ich würde auf jeden Fall keine Knospe nehmen wie hier, also wo der kleine Trieb sich schon entwickelt, der nach innen zeigt, sondern hier die da drüber würde ich tatsächlich wählen, weil dieser Trieb würde dann halt nach außen entstehen und das ist für diese hängende Form sehr wichtig und zwar schneide ich jetzt hier ab und jetzt aktiviere ich die letzte Knospe vor dem Schnitt und hier entwickelt die Pflanze den neuen Trieb. Wie ich schon erwähnt habe, sollte das Endergebnis dann ja der Optik eines Lollis darstellen und je nachdem was die Pflanze an Zuwachs hat, also jetzt bei der Kikushidare Sakura, die hat einen langen Trieb, das sieht man hier seitlich, da kann man wirklich so weit zurückschneiden, dass wirklich dann der Endtrieb nur noch 10 bis 15 Zentimeter bleibt. Und aus diesen 10 bis 15 Zentimeter wird die Endknospe, also die Knospe, hinter der man schneidet, aktiviert und da wird der neue Trieb daraus gebildet. Ich schneide jetzt mal weiter und dann könnt ihr sehen, wie das Endergebnis ist. Auch hier achte ich überall und gucke, welche Knospe nach oben zeigt, dass sich dann wirklich wieder eine schöne ausladende Krone entwickelt. So jetzt sind wir bei dem Salix Mount Aso, der mit diesen kleinen ja rot-rosa Kätzchen. Da ist wirklich der Schnitt für keinen ängstlichen Gärtner, also da gehe ich dann schon relativ radikal dran. Es ist wichtig, dass man den so stark schneidet. Weiden haben einfach eine sehr starke Austriebkraft und da muss man jedes Jahr sehr stark rangehen, dass man halt die Lolliform behält und der Stamm von einem Salix, der dickt relativ langsam, dass dann halt die Gesamtoptik wieder passt. Hier sieht man wieder die Veredelungsstelle, auch der Mount Aso ist veredelt worden und hier ist die Kronenbasis. Von da aus geht man ungefähr zwischen fünf und zehn Zentimeter nach außen und schneidet dann die Triebe ab. Und wie gesagt, das ist wirklich nichts für Ängstliche, ist aber wirklich zwingend notwendig. Wenn man das nicht machen würde, dann würde einfach die Krone zu groß werden und die Statik würde nicht mehr passen. Der Stamm ist halt dann sehr viel dünner als diese riesige Krone und dann würde der Stamm brechen. Generell würde ich aber empfehlen, ja für die ersten Jahre eine Stütze anzubringen. Also hier diesen Bambusstab einfach mit dran lassen, wenn man die Pflanze in den Garten setzt, dass einfach der Stamm noch ein bisschen gestützt wird und dass sich die Krone auch dann gut entwickeln kann. Hier sieht man das ganz gut an diesem kurzen Stummel von diesem verbleibenden Trieb sind ganz viele kleine rote Augen, also Knospen und das ist ja eine strauförmige Krone und auch aus dem Inneren, aus jeder Knospe kann ein Trieb entstehen und somit wird das dann wieder eine sehr schön kugelrunde Krone. So, es sind jetzt acht Wochen vergangen und ich habe den Mount A so jetzt weiter versorgt und wollte euch wirklich das Ergebnis jetzt mal zeigen. Wenn jemand ein bisschen Angst hat, die Krone so stark zurückzuschneiden, also kann ich euch die Angst nehmen. Es sind wie gesagt acht Wochen vergangen und in dieser Zeit haben sich wirklich sehr schön die neuen Triebe entwickelt. Ja, ich sag mal, ja fast 40 Zentimeter lang und so kann man natürlich jedes Jahr die Krone sehr jung, sehr frisch und eben formal sehr gut behalten. Allerdings ist es bei diesem Salix Mount A so, wenn man da den Kopf ja schneidet, entwickelt er an dem Stamm auch kleine Triebe und die sollte man natürlich total zurückschneiden, damit man halt ja diese Lolliform erhält, weil das ist ja der Stiel und ja die Krone soll ja im Prinzip schön rund und sehr formal bleiben, aber am Stamm soll natürlich keine Triebe wachsen. Wenn man das nicht machen würde, dann würde das wirklich im Laufe der Zeit ein großer Strauch werden. Deswegen ist diese Pflegemaßnahme sehr wichtig, auch an diesem Stamm die falschen Triebe im Prinzip, die man nicht haben möchte, sehr stark zurückzuschneiden. Ich zeige euch das jetzt, weil da ist auch was zu beachten. Man sollte wirklich ganz, ganz dicht abschneiden. Einfach aus dem Grund, weil hier rundherum schlafende Augen sind und wenn man da ein Zapfen stehen lässt, dann ist das wie so ein Hexenbesen würde das austreiben. Deswegen sehr stark an diesen Hauptstamm heranschneiden. Und man sollte es auch etwas ja früher machen im Prinzip, also man sollte nicht zu lange warten. Einfach, dass die Wunden nicht zu groß werden. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Eigentlich ein Tipp auch, man kann so ein bisschen dran ziehen, dass man wirklich sehr dicht dran kommt. Das ist so ein bisschen eine Hilfe. Ich ziehe immer so ein bisschen dran, dass ich wirklich sehr dicht dran komme. Und hier der etwas dickere auch, dass die Wunden einfach sehr klein sind und so kann das schön verwachsen. Ich hoffe, dass ich euch eine kleine Anleitung geben konnte. Gerade in der Jugendphase, also wenn man das Stämmchen pflanzt in den ersten fünf, sechs Jahren ist das wichtig, dass man so einen Aufbauschnitt jedes Jahr vollzieht, dass man halt eine sehr schöne, dichte Krone bekommt. Und keine Angst vorm Schneiden, haltet immer so ein bisschen den Lolli als Richtwert vors Auge. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare schreiben. Bis dahin, eine schöne Gartenzeit!